Let's go back und willkommen zur nächsten Troubletown Overwatch Runde mit dabei der Dalu, die Chigo, der Goro, Nefi und Nils. Hallo! Verteidiger auf Kings Row. Wollen wir mal hin, ich will meine Fähigkeiten sehen, ich mag die Russin nicht. Die Russin ist aber richtig stark eigentlich. Ja, aber umso mehr Schaden du gefressen hast mit ihr, umso mehr Damage macht sie. Die hat so ne Bubble, damit man nicht mehr Damage, ne, dass andere mehr Damage machen, Laser, richtig? Ach, das Schild ist so mehr Damage machen, ich hab das immer gedacht, das verteidigt du. Ne, das ist so ne Damage-Bubble. Entweder für mich oder für andere. Genau, und je nachdem wieviel die Bubble halt frisst, je mehr Schaden macht sie. Okay. Verdammt. So, aber wo stellen wir uns auf? An der Statte? Ja, kurz vorm Point. Ja, an der Statte. Kann ich hier Quake-mäßig die Bubble, die ich schieße, abschieße? Nein. Quake, so Unreal-mäßig und Quake-mäßig. Genau, dann explodiert die ja, wenn man die dann treffen würde. So Railgun. Na, wo geh ich denn jetzt erstmal hin? Angreifer in 30 Sekunden erwacht. Erstmal weit weg von Explosionsschaden hier. Ich bin echt bescheuert. Da wo sie um die Ecke laufen und dich nicht sofort sehen. Ach du meinst hier, da wo du jetzt stehst? Also ich würde sagen, wir bleiben hinter der Absperrung. Jetzt da vielleicht? Hier? Die können hier nämlich, die müssen nämlich durch die Haupttür. Oder oben können sie lang, ja das natürlich. Aber da, ja da wär ganz geil. Zu Anfang, da checken sie es nicht sofort. Das geht dich hier in erster Linie erstmal kurz. Also ich bleib hier hinten und spamme auf jeden Fall. Also ich würde sagen Liquid geht ein bisschen zurück. Dalu, du auch. Nefi, du auch. Ja, aber ich heil da ja ein bisschen was aus. Ja, ich auch. Eben, ich bin noch Tank ey. Von rechts kommt ne Dings. Hier Nefi, komm da mal raus. Ah, da kommt ne Ryder. Ich würd' ja sagen, wenn wir ein Team wieder wählen müssten. Ryder kommt. Er hat mich. Den kann ich leider nicht abschieben. Nefi, den hauen wir weg. Ne, ich bin... Ne, der ist tot. Ne, der ist tot. Der Nefi ist tot. Oh shit. Dadurch, dass er mich... Dadurch, dass er mich gepackt hat, hat er da meinen Mächten... Haben wir hier wieder? Nein. Ich bin fast tot. Ne, das ist der Mettbeam am Anfang, ist wegen dem Portal wichtig. Mhm. Also musst du irgendwie schaffen das Portal schnell aufzubauen. Ja, deins sind... Oh shit. Kinder. Die haben ganz oben einen Sniper in der Base noch. Also... Warte, den kann ich mir holen gleich. Ja ne, lass den doch am besten da. Wer da hinten steht, kann ich angreifen. Einfach um die Ecke stehen. Oh ne, von hinten kommt ne, äh, äh, Tracer. Ja, bin dann Tracer. Warte, ich hol mir eben Doppel-Carr. Ich hol mir einen Doppel-Carr. Ich hol mir einen Doppel-Carr. Tracer's down. Ja, nice. Äh, die Tracer hab ich erst abgeholt. Ja, die ist hier voll ins Geschoss. Die steht in der Schutzzone, so dass du die gar nicht holen kannst, ey. Egal, kostet ja Zeit, ist ja alles cool. Und wir können halt den Teleporter aufbauen dadurch. Dallfalle von Junker zerstört. Goro, wie sieht's auch aus? Rechts ist die Farah, rechts ist die Farah. Die will nichts holen, Goro. Goro von oben. Mein Mech ist... Ja, ist hier. Pera geht außen rum. Pass auf, Reinhard kommt um die Ecke. Ah, Tracer. Goro wurde gepinnt. Es wird uns vielleicht ne, äh, Ding jetzt in den Rücken fallen. Ich werd euch in den Rücken fallen. Kann ich ja nichts machen, wenn sie mich... Ne, wenn sie mich pinnt, kannst du echt nichts machen. Haben wir schon einen Teleporter? Ich... Bau ihn jetzt gleich auf. Was heißt gleich? Nicht meiner, nicht meiner. Der wird böse. Was heißt gleich? Jetzt bau ich auf. Ja, er kommt. Okay. Gut überfahren. Wo ist der? Ach, da. Ich habe den Pfad geöffnet. Wir sind drauf hier, Nefi, du machst ein bisschen mehr Damage. Ja, ich muss grad mal eben tanken hier. Genau. So. Goro kommt mit tanken. Alter, was hab ich hier für ein Mega-Laser? Ich hab ein schwarzes Loch geworfen auf Reinhard. Ja, du hast die Ulti geworfen. Jetzt müssen wir sein Schild nur runterkriegen. Reinhardt ist down. Tracer ist hier. Wär nice gewesen mit dem schwarzen Loch, wenn ich noch ein Fahrzeug geht. Ja. Alter, mein Laser wird mega krass gerade. Oben ist ein Sniper. Oben aufm Haus, links. Ah, jetzt hat mich, äh, Junker geholt mit einer Random-Dum. Warum hat sich der Laser so krass geändert? Ich hab so'n... Friendship Beam. Wie viel AP hast du? Äh, 450. Voll oder wie viel hast du noch? Das blaue Balken ist fast voll. Okay, dann verstehe ich mich auch. Ich hab hier so'n Friendship Laser, der macht auch komische Sounds. Weiß nicht, ob der noch ganz ist. Oh, oh. Liquid, schau raus. Ah! Hab ich, hab ich. Ich hab sie gekillt. Ja, hab ich gesehen. Oh. Endlich kommt ein Junkwet. Ja. Lass den bloß nicht los. Junkwet wird geröstet. Danke für's down. Die Mine von Junkwet auch. Tracer hat mich gepinnt, die Olle! Wir haben aber immer noch die dämliche, äh... Haben wir noch nen Teleporter? Ich brauch nen Widowmaker. Die, die da oben rum. Wie viel brauchst du denn noch? Wie viele Prozent? Ähm, ich bin bei 38. Ah, der Teleporter ist kaputt! Ah, Sniper von hinten! Sniper von hinten! Der geht kaputt, wenn so und so viele Leute den benutzen. Ach so! Ach, das auch! Sonst muss man den kaputt schießen. Okay. Ja, das war früher. Mittlerweile haben die das halt reingepatcht, was sonst wir das haben. So, der hat auf die Widowmaker. Ja, dann finde ich's zumindest nicht mehr so stark wie vorher. Einer muss drauf aufm Spot! Widowmaker's down! Ich geh drauf! Tracer jagt mich noch. Ich bin aufm Spot jetzt. Ich röste rein! Reiner ist fast tot! Er hat mich noch geklatscht! Ja, mich auch! Auf den Point! Point! Nils! Einfach drauf! Einfach drauf schnell! Einfach Side-Shit! Ja, beide tot! Geht wieder zurück der Point, also bis zum Check-Dings. Komm Nefi! Tracer gesnipen! Au! Verdammt gesnipen! Da kommt ein Junk-Rid von rechts! Ich habe seine Granate gefressen! Geil! Oh, drauf! Oben auf der Start-Hürsten ist die Mehrzbank! Ne, ne Widowmaker ist das! Ne Widowmaker ist das! Guck mal, ich verwechsel die immer! Ach, da oben drauf! Wie kommt die denn da drauf, Alter? Mit dem Hook! Habe sie angeschossen! Ne, ne, ist keiner mehr da! Keiner mehr da! Okay! Aber egal, die haben nicht Maxi-Mahlzeit bekommen! 3,30! Healer-Change und dann Attacke! Ja! Gehts eh drauf! Jo! Und... Und... Let's say go! Jetzt sind wir mal ein Teleporter-Ready, weißt du? Ja, das ist immer... Wenn du den Charakter wechseln, gehen die Sachen doch eh weg! Nein, nein! Sie war halt... Als sie gestorben ist, war ihre Ulti voll und dann wollte sie... Ich darf und mach das tun! Jetzt wechsel ich, weil... Die hätte halt erst wieder hinlaufen müssen, das wäre drauf gewesen! Ja, genau! Da oben ist so ein Sniper, wo du bist, da! Ja, genau! Ja, genau! Das hab ich DERF wohl gesagt, hab ich deinen Namen gelesen! Da, ein Schottl's Loch! Da sind drei Läufe drin! Ich hab sie geblockt, hast du gesehen? Ja! Die läuft da unten rein, warte, ich hol sie! Ah, scheiße! Hab sie! Hab sie! Ja, der ist immer konzentriert am Ziel hinter mir! Hinter mir! Sehr gut! Da liegt er wieder! Hallo, ich bin nicht geschlagen! Ah, fuck! Der spielt auch nicht! Klar bin ich dabei! Soll ich! Wo seid ihr? Ich muss irgendwie im Krieg gehen! Wir suchen's einmal aufs Scoreboard und nach oben gucken! Da! Oh Gott! Hab Ridowmaker gemacht! Hamster kommt rein jetzt! Goro, hier! Mehr Damage! Hau raus! Ich mach Reinhard von hinten! Ne, aber warum ich weniger sag? Weil Shanzu hinten stehe und ihr das vorne koordiniert! Warum soll ich das zwischen reinräumen? Wir reden ja über Team-Speak und nicht lokal! Wir hören dich! Ja? Reinhard ist down! Reinhard ist down! Kannst gar nicht mit uns reden! Die Farah ist gerade ab! Die Farah ist weg! Die Farah ist weg! Die Farah ist weg! Wo ist die doofe Widowmaker bitte? Ja! Hab's gemerkt! Okay, Moment! Fae heißt die glaube ich! Farah erfü- Ah, nice! Nice Stahlfall ey! Die hat sich genau rein teleportiert! Erstmal richtig! Ah! Junkwit hat mir die Mine ins Gesicht! Ich hab wieder einen Maker! Die ist gerade hinter uns durchs Haus geschleschen! Die war direkt! Sehr gut, danke! No! Pass auf! Junkwit hat mir einen Mercy drauf! Da haben wir noch jemanden weggekommen! Da haben wir noch jemanden weggekommen! Schhh! Ja, eins zu uns! Daneben! Daneben! Oh mein Gott! Eine Minute, komm! Das schaffen wir noch! Daneben! Nächste Checkpoint ist auch noch ein... Ja, aber der ist noch weit weg! Sauf beruhig! Ich mach von hinten! Ja, nice! Hab ich noch selber gemacht! Ich werd trotzdem angeschossen! Von unten! Unten drunter! Mach die Mercy weg! Trotz über Ease! Ich hab gleich Ulti! 9%! Au! Ah, fuck you! Was ist denn mit der Kamera von D.Va, wenn die aus dem scheiß Mech springt, Alter? Die Ulti sind gut! Die Ulti sind's richtig gut! Wunderbar! Au! Drei Leute hängen da schön drin! Ja, da kommt jetzt ein... Nice shield! Und hopp! 30 Sekunden! Komm, wir schaffen wir! Die sind noch ewig vom Checkpoint entfernt! Oh, jetzt schieben sie! Ich stehe immer noch lasermäßig! Ich hab meine Ulti, die kann ich gleich reinschmeißen! Sind alle da? Liquid oben links! Fast da! Der schmeißt! Jetzt haben sie mich! Aber... Oh Gott! Die... Merced ihre Ulti benutzt! Oh nein! Weil mich! Bin down! Aber die haben noch 3 Sekunden! Bin da! Ah, jetzt müssen wir sie alle töten! Hinter uns ist ein Junkrat! Hinter dir Liquid! Der Reinhard ist fast down, ey! Der Reinhard ist echt fast down! Ah! Farah, Alter! Oh nein! Jetzt schieben sie! Fuck! Jetzt haben sie den Checkpoint gleich! Scheiße! Na, das dauert noch! Nils Schild! Tor von hinten noch geholt, aber... Bleib in der Haltung, aber die hauen einfach alle auf den Bau! Das war's leider schon! Fünf verpillen! Reinhard, du olle Socke! Wer halt dich denn?! Mercy! Mercy ist das! Mercy hat... Mercy's Heal ist immer noch krass! Mhm! Go roll drauf! Geh, du musst zum Wagen! Einer mal an den Wagen stehen! Ich war da, aber es sind halt alle da und keiner von euch! Ich bin da! Ich bin da! Ich bin da! Ich hab's erwischt! Okay! Das ist ein Junkrat hinter dir, ne? Mercy time! Äh... Hier sind alle hinter mir! Ja, Liquid macht den einen weg jetzt! Ja, Liquid macht den einen weg jetzt! Ich hab meine Ulti! Ah, fuck! Wenn sie jetzt noch schäden, dann bringt das nichts! Ah, ja doch! Eine Minute! Eine Minute und 50! Ja, aber dafür das Ende ist eigentlich besser zu verteidigen! Nochmal! Ja, weil's enger wird hier! Alter, die doofe Widowmaker ist schon wieder am Snipern hier! Ich wurde so oft getötet diese Runde! Ist unglaublich! Schaut! Der Reinert ist auch verdammt offensiv, ey! Er hat schon nicht mehr feiert! Ah! Alter, der hat Junkrat! Oh nein! Ah, ich hab sie geholt, aber... Oh nein! Der ist ja tot! Ich mach Heidel! Seid noch da! Ah, nicht den Reinert! Oh nein! Ulti! Die Ulti! Komm, da ist Mercy soft tot! Ey, die hat keiner für dich! Mercy war fast down! Er hat in seiner... In der Ulti von dir noch seine Ulti wieder! Wir schieben das Ding dann fertig, hör! Nee! Reinert ist jetzt down! Reinert ist down! Oder? Nein, der wurde geheilt! Jetzt ist er down, oder? Nein, nein, nein! Jetzt ist er down! Mercy, lass das sein! Mercy, Ulti wieder! Reinert ist wieder da! Wie lange ist der denn da am liegen, Alter? Mercy ist aber down jetzt! Ja, das fehlt halt auch nicht mehr auf! Ja, das fehlt halt auch nicht mehr auf! Auf Tracer! Jetzt ist er weg! Reinert ist weg! Ich wurde von der... Ich wurde von der... Ich wurde von der... Ich wurde von der... 30 Sekunden! 30 Sekunden, 30 Sekunden! Ich hab meine... Ja, ja, wir stehen jetzt! Okay, Defense jetzt! Boah! Boah! Haha, dafür ist ein... Einzulter! Komm schon! Nichts wird nach vorne gehen! Ja, ja, ich kill ihn nehmen! Ich kill ihn nehmen! Wir pushen die Garten zurück! Ja, hab ihn, hab ihn! Ja, ich hab meine Ulti! Ich schubs die gerade zurück! Oh, jetzt komm's zurück! Oh, jetzt komm's zurück! Okay, die sind einer weniger! Schild! Achtung! Leuch! Bleib dir Leute durch! Der mich gekillt! Der mich gekillt! 4 Sekunden! Umkämpft! Oh! Ich werde nicht los! Verlängerung! Der passt Ulti! Nein! Das hat gesessen! Meine Ulti hat schön drin gehangen! Er hat zwei Stück gemacht! Er hat zwei Stück gemacht! Und? Der Verlängerungszimmer geht runter! Und wir gewinnen! Nicht! Deswegen! Jetzt geht's! Phil Omega kommt noch! Phil Omega kommt noch! Ja, ist weg! Oh! Das war knapp! Das war knapp! Einfach so gut! Hast du ein anderes Spiel gespielt, als ich? Guck mal, der Karton in den bestens Fuß, ey! Ja! Guck mal, sogar mit Highlight-Intro und Karton! Wieso hast du einen Karton, Alter? Ist das der Skin? Mir sah der ganz normal aus! Ich hatte einen Karton da liegen! Bei mir hat er auch keinen Karton! Bei mir sah der irgendwie auch normal aus! Oh, Goro! Richtig geil! Habt ihr das noch gesehen, ihr Alter? 16.800! Garrieren projiziert, ey! Komm, wir haben... Warte, nämlich Goro oder Dalu? Goro! Aber warte! Ich bin auch noch am überlegen! Vlogsis war ziemlich stark! Ist ja wohl entscheidend! Alter, Goro hat ja wohl weniger Damage gemacht, als Reinhard da geblockt hat! Jetzt hab ich gar nicht gewartet! So! Wenn's euch gefallen hat, dann lasst ein Dämpchen da! Schaut bitte den anderen vorbei! Linkstehen unten drunter! Und wir sehen uns nächste Folge wieder! Macht's gut! Tschüss!